Hallo und herzlich Willkommen zu deiner Entspannung. Nimm dir eine Matte und finde eine gemütliche, bequeme Rückenposition. Strecke dafür deine Beine lang aus, sodass die Fußspitzen leicht nach außen fallen. Bringe deine Arme neben dem Körper, deine Handflächen schau nach oben, komme an. Wenn du jetzt noch etwas an deiner Position verändern möchtest, dann kannst du das jetzt noch tun. Lasse nun alles, was vor dir ist und alles, was hinter dir ist, einfach los. Konzentriere dich nun auf diesen Moment. Entspanne dich. Nimm wahr, wie du ganz alleine ein- und ausatmest. Und sich die Bauchdecke im Wechsel senkt und hebt. Du brauchst nichts weiter zu tun. Entspanne dich. Nimm wahr, wie mit jeder Ausatmung dein Körper schwerer und schwerer wird. und immer mehr in die Matte hinein sinkt. Entspanne dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spüre, wie die Bewegung wieder zurückkommt in deinen Körper Nehm jetzt auch kleine Geräusche um dich herum wahr Und dann verschränke deine Hände vor dem Brustkorb Atme ein, strecke die Arme nach oben zur Decke Atme aus, leg die Arme weit hinten ab, hinter dem Kopf Und strecke den ganzen Körper In der nächsten Einatmung bringst du dich noch einmal in die Länge Und ausatmend kommt die Arme wieder zurück von hinten über oben nach vorne, unten zum Brustkorb Und dann wieder neben dem Körper ablegen Stell deine Füße nacheinander auf Lass deine Beine zur rechten Seite sinken Und rolle dich mit dem ganzen Körper auf die rechte Seite Bleibe hier in dieser Position noch für einige Atemzüge liegen Genieße deine Entspannung Und dann öffne deine Augen, falls du es noch nicht gemacht hast Nimm den Raum um dich herum wahr Und stütze dich mit der linken Hand am Boden ab Gib dir einen kleinen Ruck nach oben Rolle auf in den Sitz Ja, hier kannst du im Schneidersitz oder in einer anderen Sitzhaltung deine Entspannung beenden Wenn du deine Sitzposition gefunden hast Bring die Arme über die Seite, langsam nach oben über den Kopf Schau zu deinen Händen Bring deine Handfläche langsam zusammen Und senke die Hände Vor dem Gesicht, vor dem Brustkorb, zum Herzen hin Und dann noch einmal einatmen Löse die Handflächen voneinander Die Arme über die Seite nach oben bringen Handflächen zueinander bringen Ausatmend Zentriere dich zu deinem Herzen Mach das noch einmal Einatmen Und ausatmen sammeln Ich wünsche dir einen schönen, entspannten Tag Und bis zum nächsten Mal Ich wünsche dir einen schönen, entspannten Tag 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 Ich wünsche dir einen schönen, entspannten Tag